Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Gerade an der Nexus angedockt, sollen wir jetzt mit der Bahn dorthin reisen. Aber wir überleben das. Genau. Also, immer ein Jumpjet in der Hand. All Staten-Personal, reporten zur Staten. Kommt rein. Fein. Es wird schön, diese Zeit ein bisschen freundliche Gesichter zu sehen. Ja. Das ist wahr. Eine Dusche. Ja, hallo. Mit dir? Auf jeden Fall. Ich sehe noch nicht mal Licht. Ja, das kann nicht so sein, richtig? um die Anwälte zu verabschieden. Was ist die Nexus? Die Nexus ist als die Hauptbahnhof für die Andromeda-Initiative's colonisieren. Es ist die erste Beziehung für alle colonische auf der Rückkehr in der neuen Galaxie. Bitte, die vielen Pläne die Nexus gibt. Als die Station expandiert wird, sie als die Regierung für die Milke-Way-Colonist. Das ist unser Hauptziel. Nicht aus dem Blick. Wie funktioniert das Immigration? Wir bitten Sie, dass Sie ein Brief-Medical-Examen um Ihre Gesundheit und Wellbeing nach einer so langen Reise zu machen. Once Sie haben Sie geschlossen, unsere Kolonisierung-Experts helfen Sie in finden Ihre neue Haus. Bitte bemerkt auf die Frage. Tausende Kolonisten wie Sie Sie sind in der nächsten Zeit im Andromeda-Initiative in Andromeda-Initiative. Ah, woher? Pläne sind geschlossen. Was kannst du mir erzählen über die Andromeda-Initiative? Hier in Andromeda, Sie sind über zwei Millionen Jahre lang von der Milke-Way-Galaxie. Das ist die größte, die eine Lebensformelle aus unserer Home-Systeme-Way-Galaxie die Sie ein stolzer Pionier-Initiative. Die Netzwerk selbst ist in einer Region wie die Helios-Cluster. Hier Sie, Sie und Tausende Ihre Kolonisten werden Sie für Ihre Erinnerung eine neue Haus. Die Glückwunsch werden. Wo leben die Kolonisten? Wo leben Sie? Once you've cleared Immigration our helpful staff will assist you in choosing the homeworld of your dreams. Will it be the tropical paradise of Habitat 7? The gentle rolling hills of Habitat 3? Or perhaps the mysterious Twilight world of Habitat 5? Naja, Habitat 7 ist nicht so schön. Oh boy. Habitat 7? That's where we landed. She's way out of date. What year is it? The current year is 28-19. After spending over 600 years in stasis it's normal to feel disoriented or confused upon arrival. Our helpful medical staff can assist with any physical or psychological after effects you may be experiencing. Well, she's got the date right. At least. So where is everyone? Tja, die hilft uns nicht weiter. It has been my pleasure. Please see one of our helpful Immigration staff for further assistance. And welcome to your new home in Andromeda where the brightest star is you. Current wait time for immigration processing is unknown error. Right. Das ist ja eine super Auskunft. Oh Gott. Ich denke mal, sie sind unterbrochen worden. Hmm. This place should be packed with people. Hmm. Achso, hier geht's weiter. Hey! Hey! Kollegah! Warum seid ihr nicht fertig? Wir sind von Archipereo und fragt, wo alle sind. Hat er dich hören? Hat er dich gesagt? Mark? Das ist der Nexus, oder? Ich bin ziemlich sicher, dass wir im richtigen Ort Und für was es ist, deine VI könnte ein Update nutzen. Natürlich. Entschuldigung. Es ist nur, dass wir alle sterben sind. Was? Hmm. Oder getötet, oder lost in dark space, oder... Aber du bist hier. Du hast keine Ahnung, wie viel das bedeutet. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich bin Tyrann Kandros. Ich stehe die Militia auf der Nexus. Ich bin Ryder. Das ist Cora Harper und Liam Costa. Teil des Team des Pathfinder. Entschuldigung. Entschuldigung. Unsere Sensoren sagten uns, dass ein Arch gekommen ist, aber Helios ist notorious für scrambling equipment. Wir dachten, dass du eine andere Malfunktion bist. Aber du hast uns nicht erwartet? Du bist der erste Arch, die wir gesehen haben. Nach einem Jahr und keine Ahnung von den anderen haben, haben wir diese Bereich gebrochen. Du hast eine ganze Jahre gebrochen? Longer. Ich werde dich in nach dem Ops Center. Ja bitte. Alles, was könnte passieren, mit unserem Plan hat. Wir kamen 14 Monate vor kurzem. Wir kamen vor kurzem, ein Band der dunkle Energie hat uns aus. Wir kennen es. Wir wissen, warum wir es die Skurge haben. Wir verloren. Wir haben viele Menschen sterben. Kein Kraft, kein Essen. Der Chaos hat für Monate gebrochen. Wenn die Ordnung gebrochen, die insurgenten wurden. Wir nennen sie Nichts, aber du bist jetzt da, vielleicht das ist. vorbei. Es ist Es ist Es ist vorbei. vorbei. Es ist vorbei. Wir haben eine erste Kontakte. Wir sind. Wir schauen die 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 mont park für die 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 helm hatten Ich bin Jeren Tan, Direktor der Initiative. Ihr habt keine Ahnung, wie viel Ihr Arrivall bedeutet für uns. Wir haben gehört, was passiert, und wir sind bereit zu helfen. Wir können irgendwelche Herzen benutzen. Food, Wasser, wir sind auf alles. Das ist Foster Addison. Sie beschäftigt die Kolonial-Affaires. Wo ist der Pathfinder? Ihr schaut ihn an. Ihr seid nicht Alec, Ryder. Mein Vater ist tot. Er macht mich mein successor. Alec ist tot. Bitte verstehe. Die ganze Initiative ist gefährlich. None der Golden Worlds panned out. Sie sind verbunden. Sie sind verbunden. Und es gibt keine Ahnung von den anderen Arten. Was ist passiert? Unbekannte. Unsere Zettelungen sind fast verletziert. Die Rationen bauten Zeit, aber auch das ist weg. Wir müssen noch mehr Ressourcen finden. Aber das braucht Menschen. Und wir können sie nicht aufstehen. Bis sie haben irgendwo zu leben. Eine Golden World. Jetzt mehr als immer. Wir brauchen einen Pathfinder. Es fällt jetzt auf dich, Ryder. Bist du auf die Aufgabe? Mein Vater glaubte, dass ich bin. Wenn du ihm mit dem Job vertraust, musst du auf seine Juden vertraut. Dein Vater wird nicht bereit sein, um Dinge zu fixen, wenn du failst. Das ist kein Weg, einen Gast zu behandeln. Oh, da mischt sich der Kroganer ein. Ich bin Nak Morkesh. Superintendant dieser Station. Ich hoffe, sie haben dich bereits nicht aufschraubt. Es ist nichts persönliches. Aber jetzt ist nicht die Zeit, um auf den Job zu trainieren. Zumindest der Pathfinder hier scheint, zu versuchen. Wir könnten eine frische Perspektive benutzen. Du hast meine Probleme gehört. Ich lasse es dir. Wir fühlen uns alle die Druck. Wir haben alle die Druck. Wir haben eine private Rede in meinem Office, Ryder. Wir diskutieren, dass du ein Schuss schiffst. Ich bin froh, dass du mit deinem Freund zusammenklarst. Ich bin froh, dass du mit deinem Freund zusammenklarst. Willkommen in der Nexus. Ich bin froh, wie weit weggegangen sind. Es ist schlecht, aber es ist nicht vorbei. Noch nicht. Ma'am, der Hyperion Corps ist jetzt online. Ich zeige euch etwas. Ein Stunde, das war alles in der Nacht. Aber mit der Kraft von deinem船, du hältst die Licht an. Du hast meine Wahl. Du hast die Kraft von dir zu sprechen. Du hast die Kraft von dir zu sprechen. Du hast die Kraft von dir zu sprechen. Du kannst sicher, dass das nicht passiert. Und nicht schuldig sein. Komm, siehst du mich, wenn du eine Chance hast. Wow. War es dein Ausblick. Es geht fürs Logbuch. Es geht fürs Logbuch. Mit direkter Dateien im Passfinder. Hauptquartier quatschen. Nicht quatschen, quatschen. Ähm. Hallo, Consul. Du und ich werden sehr gute Freunde sein. Wir werden dich alle fixiert und bereit sein. In kein Zeitpunkt. Da. Oh, eine lange Zeit umschalten. Wir landen. Habitat 7. Es war nicht so nahe zu leben. Das ist wahr, dass wir alle Welt gefunden haben. Ryder. Wir diskutierten deine nächste Expedition. Hm. Das scheint mir ein bisschen aggressiv zu sein. Aber wird ja auch Zeit. Ist ja auch so ein bisschen. Na, was ist jetzt? Gut. Ich habe angefangen, zu fragen, wer hier vorhanden war. Direktor Addison ist entzündet zu ihrer Meinung. Und meine überrulte unsere. Sie weiß das? Ich habe die ganze Initiative übergebracht. Und ich habe gesagt, dass du dir eine Chance für dich zu zeigen. Ja. Die Skourge dealt es ein sehr schwer. Whatever es ist, unsere Wissenschafts theorize es nicht natural. An Artificial Energy Cloud? Es war nicht hier, wenn wir leften die Milky Way. Yet, es rendered all die Golden Worlds unliveable. Dann gibt es die Aliens du ran into. Die Kett. Sie sind obsessed mit alien structures we found scattered around die Cluster. Sie können nichts damit preventen andere von accessing sie. Es scheint, murder ist nicht exclusiv zu der Milky Way. Und jetzt die Herausforderung ist es, die Welt in spite of all das. Das hier. Eos. Wie? 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 Und dann nehme ich... Und wenn ich failre... Ich dachte, es wird kein Geschwister Ab rememberednen denn? Spieg, sie fand einfach mit anderen Originals auf repeated. Wo finde ich mein Schiff? Träumen Sie keine Spieche mit mir. Ne, komm. Hm. Ryder, du hast meine Begründungen für deinen Vater. Ich verzeihe es. Ich wusste nicht sehr gut, obwohl ich verstehe, dass er eine wichtige Rolle in der Initiative planen hat. Ich bin sicher, dass er sich beschäftigt, dass wir noch mehrere Arken haben. Hm. Ich werde sie finden, was ist mit ihnen passiert. Hm. Keine Idee, wo sie gingen? Nichts sicher. Aber Tens und Tausende der Kolonisten sind unverantwortlich. Ja. Ja. Okay. Okay. Ja. 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 Was kann ich tun? Wenn du diese anderen Panels schanzen kannst, während ich das eine fixe, das würde wirklich helfen. Ich habe die Locationen zu deinem Omnitool. Just send me the data, wenn du fertig bist. Jo, easy. Easy. Hier ist was zum Kaufen. Hä? Warum verschwinden die Dinge immer? Ich gehe auf den Punkt zu und dann ist er weg. Seltsam. Seltsam, seltsam, seltsam. Ach, was soll's. Da. Nein, auch nicht. Hier bin ich auch nicht richtig. Oh, Leute. Ihr macht mich fertig. Ich muss für mein Schiff weiter nach unten. Jawoll. Hm? Hast du was zu sagen? Was jetzt mit unserer Dusche, hm? Wer von ihnen war Addison? Ich komme damit klar. Ihre Reaktionsverständlichkeit. Sie gehen logisch. Ja, gute Idee. Mach ich. Tchuuu. Tschu-Tchuu. There goes the train. Ich mag Züge. Okay, wir bewegen uns mal fix in Richtung Sam. Run, Forrest, run! How's the big? Sam braucht mich. Hallo, Ryder. Welcome back to Samnode. This is the captain. I've adjusted my connection to your implant. The headache you experienced before shouldn't reoccur. Dankeschön. Yeah, what was that about? You said we need to discuss something confidential. You should know certain facts before you leave on your expedition. It seemed best we speak alone. I don't understand the need for secrecy. Your father felt it was for the best. What was he trying to hide? My true capabilities. Alec overrode the implant safety protocols. It allows me unrestricted access to the Pathfinder's physiology. And that's me now. And only you. I can act as a force multiplier, dramatically enhancing your motor and neural skills when required. Alec called them profiles. They provide unique tactical augmentation during combat. Your father preferred to keep this fact to himself. Oh. I don't know. I can understand. People might get the wrong idea. Super soldiers. A computer having control over a human. Providing an enhancement to the human. It is a symbiotic relationship that benefits both. What do you get out of it? Though I'm artificial in design, I am fully sentient. Far beyond what even the initiative understands. I don't follow. You're an AI. So what's different? I am a new form of AI drawing directly from the human experience. Your implant is my window into the world. Ah, okay. That's pretty amazing. But beyond what many people will accept, your father knew some would fear it. Yeah, he's got a point. So what does this mean for the two of us? I find myself in an unusual position. Though I had access to your father's experiences, there is a gap in my understanding. How so? He placed a block on portions of my memory array. Why? Perhaps so, when you asked me what his plan was, I wouldn't know. And Dad strikes again. But not without recourse. The further you explore as a Pathfinder, the more blocks will be removed. Perhaps you should begin in your father's quarters. In the meantime, unless you have more questions, your new ship awaits. Thanks. Ha, cool. Soldat und Techniker ist freigeschaltet. Cool. Also, wir können... Na ja, gut. Im Prinzip konnte man ja vorher auch frei wählen. Aber man hat extra Fähigkeiten hinzugenommen von anderen. Ähm. Aber schon cool. Frei wählbare... Ein besserer Anfang. Zu ihrem Schiff gehen. Und wieder zurück. Zur Arche... äh... Zum Nexus. Aber... Halt, stopp. Ich sehe gerade. Wir machen vorher... Äh... Obwohl, am besten... Erstmal wenn wir ein Speicher kommt. So. Ähm... Ich sage an dieser Stelle dann schon mal... Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Schaut auch in meinen anderen Videos. Und habt viel Spaß. Ciao.